Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Quicksilver bei Games of Gomma. Ich habe jetzt eine neue Maus, die DeathEder Chroma. Und ich hoffe mal, ich denke ich werde in nächster Zeit dann wieder ein Handcam Video bringen. Das kam mir letztes Mal relativ gut an. Und dann kann ich Handcam bringen, weil ich finde es immer ziemlich cool selber anzuschauen bei anderen. Und dann könnt ihr die auch mal sehen, die neue Maus. Und komm, den bekommen wir. So schnell down, perfekt. Okay, den auch. So, jetzt haben wir die gute Rüstung. Jetzt sind wir natürlich direkt an. Und da kommt dieser Typ. Oh mein Gott, habe ich den down, nice. Einmal Equipen kurz und dann auf den nächsten Typen. Ah, bekomme ich ihn noch? Naja, er wurde One-Hit abgestaubt. Hier ist so ein Typ, der hat gar nichts einfach. Okay, ja. Kann man auch machen. Ach komm, Bro. Und jetzt staubt der Typ wieder ab. Und ich habe meinen Bogen weggeworfen. Alles gibt es doch nicht. Ah! Egal. So, warte mal, Bogen. Ich brauche meinen Bogen. Okay. Okay, dann habe ich down, nice. So. Auf jeden Fall kann man damit ganz gut aimen mit der neuen Maus. Da drinnen müsste der Typ noch chillen. Exactement. Und er zeigt einfach Team. Alles klar. So, ein bisschen ausweichen. Und, also ich finde, man kann damit echt gut aimen. Ich muss mich halt noch richtig dran gewöhnen. Ich habe die gerade erst neu. Aber ansonsten geht es. Ich finde es ziemlich weich, damit zu spielen. Also, ich denke, in meinen vorherigen Videos, da war das Problem, haben wir auch viele immer geschrieben. Ich zitter so. Ich denke, das wird mit der Maus schon ein bisschen besser. Also, ich werde weiterhin immer noch diese Technik machen. Aber ich werde trotzdem ein bisschen weicher spielen und nicht mehr so abgehackt. Und so. Der soll mal in den Nahkampf kommen. Dann würde ich gerne auch in den Nahkampf gehen, wobei ich da gewinnen würde. Also kann ich auch weiter spammen und dann als Spammer deklariert werden. Ja, natürlich nicht so geil, aber was willst du machen? Ja, okay, er spammt. Also hat er keine Wahl. GG. Ja, war eine coole Runde. Ich suche mir jetzt noch eine zweite Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir dann in der zweiten Runde. So, den Typen töten wir erstmal. So, der hatte sogar einen Eisenchest. Das ist nice. So, und dann noch das und das und das und das und das. Okay, alles sortiert. Perfekt. Ja, dann könnten wir jetzt rasieren. So, den haben wir one hit down. Der war jetzt nicht so schwer. Wir gehen auf den mit der guten Rüstung. Weil wir die dann vielleicht bekommen. Okay, dann nice bekommen. Äh, so. So. Bro. Uh. Ja, rasiert. So, ich weiß nicht, ob der mich nicht gesehen hat oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber der hat mich sicher gesehen. Sonst hat er mich ja nicht geschlagen hier. Äh. Okay, den haben wir noch bekommen, bevor der Abstauber kam. Und den straben wir in seinen Tod rein. Also, straben ist echt sehr wichtig, Leute. Oh, was war das für eine Rasiererrunde? Lol. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mousecam folgt vielleicht bald. Und ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.